Ja, toll, egal. WoW auch einfach. Ist auch einfach WoW auch. Ist egal. Ich bin nicht erst so mit Moves. Sie so alle, oh fuck. Ja, genau. Macht den Beißer-Moves. Niemals werdet ihr mich beißen. Sie so, oh fuck. Yeah, yeah. Und dich, trete ich weg. Okay, will er nicht. Er will nicht weggetreten werden. Und ein Beißer. Er will beißen. Lass ihn nicht zu. Okay. So. Ah ja, es könnte sein, dass 10 Dionysos jetzt wieder versucht, hier reinzukommen. Also, das ist natürlich auch so eine Sache, die muss man auch wieder mit beachten, dass ein 10 Dionysos hier reinkommen könnte. Besonders, wenn er mir gerade ein nahe so dummes Arsch aufschreibt. Ja, das ist ja schon online. Das ist ja wundervoll. Aber leider weiß er hoffentlich, teulich googelst du, und das erste, was kommt, ist ein Video von GLP. Ja, GLP ist auch eine dumme... Entschuldigung, ähm, er ist ein, äh, ein Let's Player, ist er. Ähm, ein Let's Player. Gut, was liegt denn hier so herum? Unusual stretch. Und wer liegt denn noch? Reusable QWERTY. Wildschwein Man und sein Freund, der Sonnen Man. Wer ist Wildschwein Man? Muss ich den kennen? Hab ich hier nicht noch andere Freunde auf meiner Seite? Hab ich hier nicht, äh, Unusual stretch. Allein schon. Nee, hier ist kein To-Killen. To-Killen ist nicht in der Nähe. Hey, GLP, ey. Ah, nee, das Thema... Nein. Das ist doch nicht, weil darüber ärgert mich... Äh, ganz verehrlich, darüber ärgert mich gar nicht. Ja, wirklich, das ist auch der Typ, der macht sein Ding. Neulau sein Ding, macht er sein Geld. Wenn er, wenn er seine Art ist, so Geld verdient zu wollen, dann ist das okay. Dann wollen wir das gar nicht weiter sagen. Aber... Man muss ihn ja nicht mögen, ne? Muss man ja ganz ehrlich sagen. Das ist ja so eine Sache. Wer ist das? Bist du, To-Killen? Guten Tag, mein Freund. Bist du mein Zeilen umübergelaufen, ja? Das denke ich mir auch mal. Gut. Na gut, ich hol mir gleich kurz meine Sachen zurück und dann... ...mache mir mal, Mensch, lieber. Wo liegen die Sachen denn von mir? Nicht da drüben, da drüben liegen die. Okay, dann schnapp ich mir mal die mal kurz, geh wieder zurück, machen wir uns mal schnell wieder menschlich und dann wird alles gut. Aha, ich bin aber auch relativ schnell gerade, ne? Gut. Na gut, hier. Und dann gucken wir mal, ob wir To-Killen wiederfinden können. Und dann würde man dazu sagen. So, To-Killen bist du da? Existierst du wieder? Hallo Token, ich werde dich beschweren mit Spinning Astroic Moves, die nicht in der, äh, die auf dem Boden sind. Die auf dem Boden sind und so. Oh nein, Higner sei seitens fünfte Mitte in den Stream-Chat. Oh Gott. Ja Token, willkommen in meiner Runde. Kannst dich aber auch darauf vorbereiten, dass so ein Psychopath auf dich zukommen könnte und dich zu töten. Also sei dir dessen bewusst. Ähm, gut. Wollte ich nur mal an der Stelle gesagt haben. Tja Token, kannst du diese Gegner besiehen? Oder machen sie dich gerade gnadenlos tot, wie es aussieht. Naja, gut. Wir werden es trotzdem versuchen. Wenn jemand eine Levelangabe braucht oder mitmachen möchte, dann soll ich mir Bescheid sagen. Insofern ist auf meinem Kanal ein Video darüber, über Dark Souls-Kooperation, wie das funktioniert. Oh Gott, das ist das Giftding jetzt. Ich will nicht vom Giftding jetzt getroffen werden. Aber ich habe gar keinen Bock drauf. Giftding jetzt müsste man immer ausweichen. Gehe Token, beamt sie erst mal durch die Gegend. Und macht Hack. Bringt ihn erst mal derbe um. Finde ich sehr gut. Springe hier mal runter. Gucken, ob ich irgendwas hinbekomme. Ich habe hier gar keine Ahnung, gerade wo ich hier bin. Pock, Pock, Pock. Machen die ganzen Pfeile hier die ganze Zeit. Ich frag mich gerade, wo ich hier runterspringe. Weil die springen wir hier runter. Ja, Schandstadt ist dafür bekannt, für den derben Framerate-Einbruch, der hier mal stattfindet. Und auch mein PC bleibt davon nicht verschont. Es ist was Engine-mäßiges, was das hier verursacht. Das ist echt furchtbar. Das ist wirklich schade. Und naja, gut, Schandstadt ist aber auch... Dazu kommt halt noch, dass Schandstadt auch kein schönes Revier ist. Es ist kein schönes Gebiet hier. Ich mag das nicht. Aber naja, jeden seins, ne. Ja, ich wollte mir auch gar nicht weiter drüber nachdenken. Nur über die ganzen Giftleute, die die ganzen Hintergrundfeuern hören. Darüber könnte man vielleicht nachdenken, aber das ist nichts wichtig. Da hinten liegt noch was. Ah ja, das ist mein blöder Freund. Mein Freund, das Octopus-Monster. Kann ich mit einer Bombe abwerfen? Irgendwie. Nein, kann ich nicht. Ich guck's mich einfach nur trotzdem unbedingt. Das bringt wohl nicht so viel. Aber Token tötet freundlicherweise viele Monster gerade. Kann ja auch mal ein bisschen mithelfen. Oh shit, denkt er sich gerade. Oh shit. Nein. Na, stirbst du schon? So, okay. Alles klar, damit wäre es das gewesen. Wieso steht er wieder auf? Token, er ist wieder aufgestanden. Token, er ist wieder aufgestanden. Aua, wurde gegiftet. Das ist sehr interessant. Gut, er ist einfach wieder aufgestanden. Den Bug mit dem Lag kann man leider in Schandstadt nicht fixen, weil es ein Engine-Problem ist. Da kann niemand dran was fixen. Na gut, der Bug... Burby! Oh nein, ey, niemand macht was auf Facebook. Ihr kennt Facebook nicht so gut. Ich werde da, bei Facebook werde ich auch nicht ganz so oft angeschrieben. Gut, gehen wir mal hier durch. Gut, Token. Also, dich habe ich ehrlich gesagt immer sehr gerne an meiner Seite, weil du nicht so überpowert bist. Und weil du eigentlich so in meiner Preisklasse spielst. Das finde ich sehr schick. Ich weiß nur, dass ich gerade von Leuten angegriffen werde. Aua. Ähm, das finde ich nicht nett. Ich werde mal kurz mein Schild zücken. Und irgendwie dagegen vorgehen zu können. Ähm, was soll ich mal überlegen. Ich werde gleich erstmal kurz warten, wenn es mein Gift weg ist. Und dann werden wir gleich weitergehen. Ja, du musst mich nicht töten. Ich gehe gleich schon weiter. Ich hoffe, ich zu helfen. So, gut. Jetzt gehen wir hier runter. So. Wuuu. Und fertig ist die Sache. Fertig ist dein Lachs. Sagt man auch gerne. Okay. Ja, ja, Lukas, weißt du mich suchst, du weißt ja, wo ich bin. Ich bin ja irgendwo in Schandstadt unterwegs und bin gleich im Sumpf. Und da, wenn du mich finden willst, dort findest du mich. Das ist alles ganz lustig. Oh nein, die Fliegenviecher. Fliegenviecher, ihr habt keine Chance. Ich hab ne Hacke und hack euch damit. Okay. Fliegenviecher, denkst du so, oh shit. Ich kann auch irgendwie alle Flampeitsch einsetzen, das ist viel schlimmer. Du hast ein schöner Schwerter. Machst du super. Da bin ich ja mit meinem Helebad auch gar nicht ganz gut ausgerüstet. Er springt einfach mit seinem Leichenviech herunter. Okay, wir sind gleich im Sumpf. Oh, ich freu mich schon, wenn wir den Waypoint haben. Der da unten ist. Aua. Ich freu mich, wenn wir von enger Giftviech angeschossen, das da hinten ist. Kannst du mal das Giftviech da hinten töten? Ich will nicht, dass es mich weiter ärgert. Das ärgert mich die ganze Zeit. Warum höre ich hier komische Geräusche? Achso, gut, das ist, äh, weil Phantom Man hier ist. Du hast irgendwas gemacht mit dir selbst, kann das sein? Achso, du hast, äh, Power with inaktiviert, oder? Ja, gut. Wonderhood und Palkion bekommen und was soll ich nicht. Achso, du warst vergiftet. Okay. Na gut. Da ist er auch schon mal wie wert. Flutsch. Hallo, mein komisches Monster der anderen Zeit. Spinning a strike moose. Nicht töten. Okay. Hier, guck mal, wie wir heute mit Tockel. Sehr gut. Hast du Palkion? Oh nein, komische Fliegen der Kotzung. Das sind meine größten Erzfeinde, wenn ich nur eine Nahkampfwaffe habe. Muss ich einfach mal sagen. Aber naja. Zum Glück habe ich ja meistens auch eine Pferdenwaffe dabei. Nur in dem Fall nicht. Dafür habe ich ja Tockel. Das finde ich schon ganz gut so. Und wir sind gleich unten angekommen. Das ist doch cool. Wir machen wieder Fortschritt. Und wir machen sogar fair Fortschritt, muss ich an der Stelle mal sagen. Also momentan wieder ist es eine sehr faire Runde. Wo man auch sagen kann, Tockel, der ist nicht überpowert. Der hat nicht so viel Energie. Hat ein recht mit Geschwert, muss ich immer sagen. Aber auch er verliert ordentlich Energie an der ganzen Angelegenheit hier. Er muss auch auffassen, wie er spielt. Aber okay, ich kann ihm ein Heilen helfen. Yeah, ich habe dich geheilt. Tockel. Okay. Also, oh fuck. Ich werde die ganze Zeit mit diesem blöden Viech angehen. Nein, nein. Okay, ich kann ihn nicht treffen. Zu viele Moves. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl gerade bei diesem Lag. Okay.